haben wir er ist in der letzten Folge haben wir um Quaterin dieser was glaube ich umgebracht ich muss noch mal das weiß ich gerade nicht ich bin schnell vergesslich ich darf das ja aber wartet kurz Leute ich glaube es ist ein bisschen zu laut für euch habe ich ein bisschen eiser gestellt ansonsten ist es hier glaube ich ein bisschen zu laut sorry wenn ihr das öfters jetzt im Video hört aber ich bin ein bisschen krank und habe einen ekligen Schleim im Hals schade ich muss gerade überlegen Leute wo müssen wir hin das ist unsere nächste Mission ach ja ich muss Quests gehen Familienzusammenführung ich bin denn 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 Warte das sehe ich auch aus wie ein echter Assassine Leute jetzt guck mal, jetzt bin ich eine echte Assassine Ja, ja, ja jetzt go ihr müsst wissen Leute, Assassins Creed ich hab das schon immer gefeiertes Spiel schon immer nicht ihr euch an diesen Ort hier ich sag nur letzte Folge Leute, letzte Folge es tut mir leid ich kann es verstehen, wenn ihr keinen Bock mehr hattet nach 40 Minuten mein Video anzugucken aber, ja es tut mir leid! Ja, was die Freikin' fuck. Ah, zilo kallisiert. Hallo, was ist er? Jetzt. Huch. Ja, moin, alter. Hör auf, du... sneaken, renn, renn. Huch. Erstmal regenerieren. Ja, oder auch nicht. Mach doch. Huch. Habt ihr gesehen? So spielt man vom Klippen. Oh, hier ist mein Ohr kurz unter dem Headset. Huch. 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 Wo ist er, Herr? Sie liegt hier, mit ihrem Sohn und Sohn. Die ganze Familie? Ich sehe, dass Terramun auch der Preis für seine Recklessness hat. Ich habe ihn erwähnt, dass seine Rebelliös-Nechzehnung einbringst und Gefahr. Aber was ist passiert? Sie sahen die Soldaten kommen und in Nisela aber die Soldaten verbringten die Haus auf der Garten um allen allen zu lernen. Ah, ich bin sorry. Put your body down there. They will journey to the Dwar together. So many deaths in the Wahat. Ich habe gerade einfach gar nichts gecheckt, was ich machen muss. Warte auf. Es ist kein Rebelliös-Nech, der dich tu hat. Es ist Tolemies-Sick-Regime. Er ist ein schlechtes Farrer. A-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. A-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l das machen wir jetzt sind 420 Meter noch sorry Leute dafür aber dieser Schlagende Fakt so ein bisschen Böse gut haben stand über die Welt gebracht ich kenne ihn zwar nicht aber er hat mich behindert angeguckt dann darf ich doch so was machen oder Hallo Kamea ich habe sogar gar nichts verstanden was die gelabert hat ja Ja. Ja, ich sehe. Und Bike, mach etwas über diese Haut. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ah, diese Verabschiedung. Du bitte was gegen deinen Bart. Jetzt komm. Oh, jetzt speicherts wieder. Ladebildschub-Simulator. Oh, shit. Leila, du musst ein Refill an Sacrosporin. Stat. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I told you not to call me that. The thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more Cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's medical officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Obstergo to give me a place on the Animus project, nothing will. Amazing! Who do you have in there? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think you'd be of interest, Obstergo? Don't start. You know, they're not gonna be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that Cyclosporin. Yeah. Yeah. As you've noticed, VN2L. Yeah. Got the Cyclosporin. Two CC should do it. Don't forget the alcohol wipe. I wish I was there to help. You do a good job looking after me. Even from the hotel. And I know how you like your aircon. I don't want to know any other people from going to see here. Ich weiß ja nicht ob ihr gemerkt habt, aber Assassin's Creed. Du spielst ja nicht Assassin's Creed, sondern unenassassin. Du spielst. Einen äh typ Der äh äh Dings Also ne Frau in dem Fall was halt so das Spiel hat ein Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen gerade in diesem Fall und die erforschen die grad hier die Assassie in ägyptischer Zeit und die Frau hat wohl die Seele von Bayek unseren Hauptcharakter gerade und ja Let's go es ist speichert es lebt jetzt hat es gescheit erst richtig angefangen es war gleich davon nur so ein ähnliches Tutorial aber wie ist es super ist so ist so ist so ist ich ich das Ding ist ich wusste grad selber nicht dass es zu sagen grad nur das tutorial war aber aber wow jetzt kommen wir glaub ich gescheit zur Story und ich glaub das kann jetzt lustig werden so ist es so ist es ist so es ist sehen wir uns wieder wenn irgendwas Spannendes passiert oder ich angekommen bin keep my mouth closed wo ja ja wo 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 w wo wo Leute, ich weiß ja gerade nicht, ob ihr das seht, aber da vorne läuft gerade irgendeine Vata Morgana Tschüss Vata Morgana Und wir sind jetzt in 300 Meter da Und wir sind jetzt in 300 Meter da Ich weiß, es ist Nee Ich weiß, es ist 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 Wie ist deine Familie? Und mein Rank ist nicht das einzige, was er verändert hat Du musst das Tempel sehen Du gibst mir eine Tour Natürlich, natürlich Ich weiß, es ist 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 Untertitelung des ZDF, 2020